Die Amazon-Kreditkarte, die in Zusammenarbeit mit der Landesbank Berlin, kurz LBB, herausgegeben wurde, war bis zu ihrem endgültigen Ende im Frühjahr 2024 bei Amazon-Kunden extrem beliebt. Besonders interessant war sie wegen des besonders hohen Cashbacks bei Amazon-Einkäufen. Die LBB schlug den Kreditkartenkunden anschließend die Visa Card Extra der Berliner Sparkasse vor, die allerdings keinen Bezug mehr zu Amazon hatte. Insgesamt war die Karte eher nicht zu empfehlen. Nun gibt es endlich wieder einen echten Nachfolger mit Cashback bei Amazon-Käufen und auch außerhalb von Amazon. In diesem Video stellen wir dir die neue Amazon-Kreditkarte im Detail vor. Wir zeigen dir die Vorteile, aber auch die Nachteile. Und am Ende sagen wir dir, ob sich die Nachfolgerkarte von Amazon für dich lohnt. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Die neue Amazon-Visa-Kreditkarte wird von der Open Bank unter der Marke Xenia herausgegeben. Die Open Bank ist die digitale Bank von Santander, einer der größten Banken weltweit. Die Vorteile der Amazon-Visa-Kreditkarte 1. Keine Jahresgebühr Früher war die Karte nur für Prime-Mitglieder kostenlos. Alle anderen haben ab dem zweiten Jahr eine Jahresgebühr von 19,90 Euro gezahlt. Die neue Karte kommt für alle dauerhaft ohne Jahresgebühr. Ganz egal, ob du eine Prime-Mitgliedschaft hast oder nicht. 2. Cashback Der wichtigste Grund für die Amazon-Kreditkarte Der Cashback Zahlst du mit der Amazon-Visa-Kreditkarte bei Amazon-Einkäufen, dann erhältst du ca. 1% Cashback in Amazon-Punkten. Je vollen Euro Umsatz bekommst du einen Punkt. 100 Punkte entsprechen einem Euro. Bist du Prime-Mitglied erhältst du an ausgewählten Amazon.de-Aktionstagen die doppelten Punkte und bekommst so ca. 2% Cashback. Zahlst du mit der Karte außerhalb von Amazon.de, z.B. beim Tanken oder bei Einkäufen im Supermarkt, erhältst du einen Punkt je 2 Euro Umsatz. So kommst du hier auf einen Cashback von 0,5%. Einlösen kannst du die Amazon-Punkte, indem du sie zum Bezahlen deiner Amazon-Einkäufe verwendest. 3. Startguthaben Neukunden erhalten ein Startguthaben von 10 Euro. Wenn du die alte Amazon-Kreditkarte hattest oder Prime-Mitglied bist, erhältst du 25 Euro Startguthaben. Das Startguthaben wird von einer ersten Kartenabrechnung abgezogen. Wie immer gilt auch hier, dass sich Prämienaktionen schnell ändern können oder auch beendet werden. Ob es aktuell eine Prämie gibt, erfährst du unter dem Link in der Beschreibung. 4. Voll- und Teilrückzahlung Die Visakarte von Amazon.de ist eine echte Kreditkarte mit Kreditrahmen. Sie wird einmal im Monat abgerechnet und du kannst entscheiden, ob du den Saldo komplett zurückzahlst oder einen Teil raten. Bei Vollrückzahlung nutzt du den Kreditrahmen zinsfrei. Bei Teilrückzahlungen werden Zinsen berechnet. Wie hoch sie sind, zeigen wir dir gleich. 5. Konto-unabhängige Karte Du brauchst kein Konto bei der Open Bank oder bei Santander. Die Karte kann mit jedem beliebigen Girokonto genutzt werden. 6. Kontaktlose Zahlung Beträge bis zu 50 Euro kannst du dank NFC-Chip kontaktlos ohne PIN und Unterschrift bezahlen. 6. Nachteile der Amazon.de Visa-Kreditkarte Neben den vielen Vorteilen gibt es natürlich auch hier Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. 7. Nachteil Nr. 1 Hohe Zinsen bei Teilzahlungsfunktion Wenn du die monatliche Abrechnung nicht komplett zurückzahlst, sondern in Teilraten, werden Zinsen berechnet. Die liegen aktuell bei einem effektiven Jahreszins von 20,13% per annum. 8. Nachteil Nr. 2 Geldabheben ist nicht kostenlos Beim Geldabheben in Deutschland und der Eurozone wird eine Gebühr in Höhe von 3,9% bei mindestens 1,50 Euro berechnet. In Ländern mit einer anderen Währung als dem Euro kostet das Geldabheben 5,4% bei mindestens 1,50 Euro. Nachteil Nr. 3 Fremdwährungsgebühren Nutzt du die Amazon-Karte für Zahlungen in Fremdwährungen, wird eine Gebühr von 1,5% berechnet. Für Reisen ins Ausland solltest du also unbedingt eine zusätzliche Karte haben, bei der diese Gebühren nicht anfallen. Unsere Empfehlung findest du unter dem Video. Nachteil Nr. 4 Cashback nur für volle Euro Wie gesagt bekommst du einen Amazon-Punkt je 1 Euro Kartenumsatz bei Amazon und außerhalb 1 Amazon-Punkt für 2 Euro Kartenumsatz. So kommst du in den meisten Fällen nicht genau auf 1 bzw. 0,5% Cashback. Nachteil Nr. 5 Ausschlüsse beim Cashback einlösen Die gesammelten Punkte kannst du zum Bezahlen von Käufen auf Amazon.de nutzen. Hier gibt es ein paar Ausnahmen, bei denen das nicht möglich ist und zwar Amazon Prime Mitgliedschaft, Kindle Unlimited, Music Unlimited, Amazon Pay, Amazon Fresh, Audible, App Store, Amazon Business, AWS, Alexa, Zapos, Amazon Games & Software Downloads, Sparabo-Artikel, Prime Video Einkäufe, Vorbestellungen und Käufe über ein Klick. Lohnt sich die Amazon Kreditkarte? Die neue Amazon Visa Kreditkarte lohnt sich, wenn du oft auf Amazon.de einkaufst. Dann hast du eine Visa Karte, mit der du bei fast jedem Einkauf Punkte sammelst, die du dann zum Bezahlen von Bestellungen nutzen kannst. Interessanter ist das Angebot für Amazon Prime Kunden, die zwar nicht wie früher regulär mehr Punkte sammeln, aber zumindest während festgelegter Aktionstage. Dann erhalten sie nämlich 2% statt 1% Cashback. Für Reisen im Ausland lohnt sich die Karte eher nicht, da hier in anderen Währungen als dem Euro eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 1,5% berechnet wird. Interessant ist hier als Ergänzung oder auch als Alternative zur Amazon Kreditkarte die Mastercard der C24 Bank. Die kannst du nämlich weltweit kostenlos einsetzen, ohne Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren. Außerdem sind mit ihr 4 Bargeldabhebungen im Monat kostenlos, weltweit. Hier bekommst du für jede Zahlung 0,5% Cashback und bei ausgewählten Partnern bis zu 2,5%. Die C24 Mastercard ist eine Debitkarte, die kostenlos mit dem C24 Girokonto kommt. Für das Smart Konto werden keine Kontoführungsgebühren berechnet und du erhältst sogar eine Guthabenverzinsung. Das C24 Konto mit der Mastercard und die Amazon.de Visa Kreditkarte verlinken wir dir unter dem Video. Hat dir das Video zur Amazon.de Kreditkarte gefallen, dann würden wir uns sehr über ein Like von dir freuen. Und wenn du noch Fragen hast, schreib uns einfach in den Kommentaren, wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.